Aus der Textbibel von 1906 Der erste Brief des Apostels Petrus Petrus, Apostel Jesus Christus, an die auserwählten Beisassen der Diaspora in Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia und Bithynia, nach der Voraussicht Gottes des Vaters, durch die Heiligung des Geistes zum Gehorsam und Besprengung mit Jesus Christus Blut. Gnade werde euch und Friede in Fülle. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergezeugt hat zu lebendiger Hoffnung durch die Auferstehung Jesus Christus von den Toten, zu einem unvergänglichen, unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das aufgehoben ist im Himmel für euch, die ihr durch Gottes Kraft bewahrt werdet mittels des Glaubens zu dem Heile, das bereit ist zur Offenbarung in der letzten Zeit. Worüber ihr fröhlich seid, wenn ihr auch jetzt noch, wo es nötig, einige Trübser leidet durch mancherlei Versuchungen, damit die Probe eures Glaubens kostbarer erfunden werde als das vergängliche Gold, das sich doch durch Feuer erprobt, zu Lob und Preis und Ehre bei der Offenbarung Jesus Christus, den ihr liebt, ohne ihn gesehen zu haben, an den ihr jetzt ohne ihn zu sehen glaubt, und seid darin fröhlich mit unaussprechlicher und verklärter Freude, weil ihr davon tragt das Ziel eures Glaubens, das Heil der Seelen. Das Heil, über welches die Propheten suchten und forschten, die über die euch treffende Gnade geweißsagt haben, forschend nämlich, auf welche oder was für eine Zeit der Geist Christus, der in ihnen war, vorauszeugend die auf Christus gehenden Leiden und die darauf folgenden Herrlichkeiten anzeigte. Denen es geoffenbart ward, dass sie nicht für sich, sondern für euch in diesen Dingen dienten, die nunmehr verkündet wurden durch die, welche euch das Evangelium brachten, Vermöge des vom Himmel gesandten Heiligen Geistes, Dinge, in welche die Engel gern möchten einen Blick tun. Darum, gegürtet an den Lenden eures Sinnes, in völliger Nüchternheit, hoffet auf die Gnade, die euch in der Offenbarung Jesus Christus bevorsteht, als Kinder des Gehorsams, euer Leben nicht gestalten nach den alten Lüsten aus der Zeit eurer Unwissenheit. Vielmehr nach dem Heiligen, der euch berufen hat, werdet auch ihr heilig in allem Wandel, dieweil geschrieben steht, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und wenn ihr als Vater anrufet den, der ohne Ansehen der Person richtet nach eines jeden Werk, so wandelt in Furcht über die Zeit eures Beisitzes, im Bewusstsein, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, Silber- oder Goldlos gekauft seid, von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit kostbarem Blute, als von einem tadellosen, unbefleckten Lamme, Christus, der vorausersehen ist vor Grundlegung der Welt, geoffenbart aber am Ende der Zeiten um euretwillen, die ihr durch ihn glaubet an Gott, der ihn von den Toten erweckt und ihm Herrlichkeit verliehen hat, sodass euer Glaube auch Hoffnung auf Gott ist. Die Seelen gereinigt durch Gehorsam gegen die Wahrheit zu unverstellter Bruderliebe. Liebet einander von Herzen innig, als wiedergeboren, nicht aus vergänglicher, sondern aus unvergänglicher Saat durch Gottes lebendiges und beständiges Wort. Darum das, alles Fleisch ist wie Gras, und alle seine Herrlichkeit wie des Grases Blume. Das Gras ist verdorrt und seine Blume ausgefallen, das Wort des Herrn aber bleibt in Ewigkeit. Das ist aber das Wort, das euch als Evangelium verkündet ist. Nachdem ihr also abgelegt alle Bosheit und allen Trug und Heuchelei und Neidereien und alle Verleumdungen, so verlanget als neugeborene Kinder nach der vernünftigen, unverfälschten Milch, damit ihr durch dieselbe Wachse zum Heile, wenn ihr gekostet habt, wie gut der Herr ist. Hinzutreten zu ihm als dem lebendigen Steine, von Menschen verworfen, bei Gott aber auserlesen, wertvoll, lasstet auch euch selbst aufbauen als lebendige Steine, ein geistliches Haus, zu heiliger Priesterschar, dazu bringen geistliche Opfer, Gott wohlgefällig durch Jesus Christus. Darum das in der Schrift steht. Siehe, ich setze in Zion einen auserlesenen, wertvollen Eckstein, und der auf ihn traut, soll nicht zu Schanden werden. Für euch nun, die ihr glaubet, gilt der Wert, für Ungläubige aber, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist geworden zum Eckstein, Stein des Anstoßes und Fels des Ärgernisses. Sie stoßen sich daran, weil sie dem Worte nicht glauben, dazu sind sie auch gesetzt. Ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, königliche Priesterschar, heiliger Stamm, Volk zum Eigentum, auf das ihr verkündet die Tugenden dessen, der euch aus der Finsternis berufen hat in sein wunderbares Licht, die einst nicht ein Volk, nun aber Gottes Volk, einst ohne Erbarmen, jetzt aber im Erbarmen. Geliebte, ich ermahne euch als Beiwohner und Beisassen, euch zu enthalten der fleischlichen Begierden, die wieder die Seele streiten, euren Wandel unter den Heiden löblich führend, damit sie, wo sie euch als Übeltäter verleumden, ihn an den guten Werken wahrnehmend Gott preisen, am Tage der Prüfung. Seit Untertanen aller menschlichen Schöpfung um des Herrn willen, sei es dem Kaiser als dem Oberherrn, sei es den Stadthaltern, als von ihm gesandt zur Strafe denen, die Böses tun, zu Lob denen, die Gutes tun. Denn so ist es Gottes Wille, durch Gutes tun zu schweigen die Unwissenheit der sinnlosen Menschen, als Freie, aber nicht als die da die Freiheit zum Deckmantel der Bosheit nehmen, sondern als Knechte Gottes. Ehret alle, liebet die Brüdergemeinschaft, fürchtet Gott, ehret den Kaiser. Das Gesinde in aller Furcht den Herrn untertan, nicht nur den Guten und Billigen, sondern auch den Schwierigen. Denn das ist wohlgefällig, wenn einer im Andenken an Gott seine Trübsal trägt, wo er ungerecht leidet. Denn was ist das für ein Ruhm, wenn ihr aushaltet, wo ihr für Fehltritte Schläge bekommt? Aber wenn ihr aushaltet, wo ihr beim Gutes tun leidet, das ist wohlgefällig bei Gott. Denn dazu seid ihr berufen, weil auch Christus gelitten hat für euch, euch ein Vorbild hinterlassend, damit ihr seinen Spuren nachfolget. Der keine Sünde getan, ist auch kein Druck erfunden in seinem Munde, der nicht widerscheuht. Da er gescheuten ward, nicht drohte, da er litt, sondern es dem anheim gab, der gerecht richtet. Der unsere Sünden mit seinem Leibe hinauftrug auf das Holz, damit wir losgeworden von den Sünden der Gerechtigkeit leben mögen, durch dessen blutende Wunde ihr seid geheilt worden. Denn ihr waret wie irrende Schafe, nun aber habt ihr euch bekehrt zu dem Hürden und Aufseher eurer Seelen. Ebenso die Frauen untertanen ihren Männern, damit, wenn welche dem Worte nicht glauben, sie durch den Wandel der Frauen ohne Wort gewonnen werden, euren in Furchtkeuschen Wandel wahrnehmend. Ihr Schmuck sei nicht der Äußerliche mit Haarflechten, Anlegen goldenen Geschmeides, Kleider anziehen, sondern der verborgene Mensch des Herzens mit dem unvergänglichen Wesen des sanften und stillen Geistes, der vor Gott kostbar ist. Denn so schmückten sich einst auch die heiligen Frauen, die auf Gott hofften, untertan ihren Männern, wie Sarah dem Abraham gehorchte, da sie ihn Herr nannte. Ihre Kinder seid ihr geworden, wenn ihr Gutes tut und keinen Schrecken fürchtet. Die Männer ebenso, einsichtsvoll die Ehe führend, dem weiblichen als dem schwächeren Gefäß Rücksicht zollend, als die auch Miterben der Gnade des Lebens sind, auf das eure Gebete nicht gestört werden. Endlich aber alle eines Sinnes, in Mitgefühl und Bruderliebe, barmherzig und demütig, nicht Böses vergeltend mit Bösen und Schmähung mit Schmähung, sondern im Gegenteil segnend, denn dazu seid ihr berufen, damit ihr Segen ererbet. Denn wer Freude am Leben haben und gute Tage sehen will, der soll seine Zunge wagen vor dem Bösen und seine Lippen vor Trug reden. Er lasse ab vom Bösen und tue Gutes, suche Frieden und trachte ihm nach. Denn die Augen des Herrn sind bei den Gerechten und seine Ohren bei ihren Bitten. Das Angesicht des Herrn aber ist gegen die, die Böses tun. Und wer wird euch schädigen, wenn ihr Eiferer für das Gute werdet? Aber wenn ihr auch leiden solltet um der Gerechtigkeit willen, selig seid ihr. Lasset euch nicht von der Furcht vor ihnen einnehmen noch beunruhigen. Den Herrn, den Christus heiligt in euren Herzen, alle Zeit bereit zur Verantwortung gegen jeden, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die bei euch zu Hause ist, aber mit Sanftmut und Furcht, im Besitzer eines guten Gewissens, damit, wo ihr verleumdet werdet, beschämt werden, die euren guten Wandel in Christus schmieren. Denn es ist besser mit Gutes tun, wenn es Gottes Wille wäre zu leiden, als mit Böses tun. Ist ja auch Christus einmal gestorben um der Sünden willen, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führe. Getötet nach dem Fleische, lebendig gemacht nach dem Geist, worin er auch hinging und verkündigte den Geistern im Gefängnis, die einst ungehorsam gewesen. Als die Langmut Gottes zuwartete, in den Tagen Noas, da der Kasten hergestellt wurde, in welchen wenige, nämlich acht Seelen, gerettet wurden durch Wasser, wovon das Wiederbild die Taufe auch euch jetzt errettet, nicht als Abtun des Schmutzes am Fleisch, sondern als Gottesanrufen mit gutem Gewissen durch die Auferstehung Jesus Christus, der da ist zur Rechten Gottes, hingegangen in den Himmel, da ihm Engel untertan wurden und Mächte und Geweihten. Da nun Christus nach dem Fleische gelitten hat, so bewaffnet auch ihr euch mit der gleichen Gesinnung. Denn wer nach dem Fleische gelitten hat, ist zur Ruhe gekommen von der Sünde, so dass er den Rest seiner Zeit im Fleische nicht mehr für menschliche Gelüste, sondern für Gottes Willen lebt. Denn es ist genug, dass die vergangene Zeit darauf ging, den Willen der Heiden zu vollbringen, mit Wandeln in Üppigkeit, Lüsten, Trunkenheit, Schmausen und Zechen und frevelhaftem Götzendienst. Darum sind sie befremdet, weil ihr nicht mitlauft im Strom des verlorenen Lebens und lästern. Sie werden Rechenschaft geben dem, der bereit steht, Lebendige und Tote zu richten. Denn dazu ist auch den Toten das Evangelium verkündet worden, damit sie, ob sie auch bei den Menschen im Fleische gerichtet seien, doch bei Gott im Geiste leben. Es ist aber das Ende von allem herangekommen. So seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet, vor allem in inniger Liebe zueinander, weil Liebe eine Menge von Sünden bedeckt, gastfrei gegeneinander ohne Murren, jeder, wie er eine Gabe empfangen hat, damit dienend an der Gemeinschaft, als gute Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Spricht einer, so sei es wie Gottes Sprüche. Dient einer, so sei es wie aus der Kraft, die Gott reicht, damit Gott an allen verherrlicht werde durch Jesus Christus, welchem zukommt Herrlichkeit und Herrschaft in alle Ewigkeit. Amen. Geliebte, lasset euch die Feuerprobe nicht befremden, die euch zuteil geworden, als widerführe euch etwas Fremdartiges, sondern in dem Maße, als ihr an den Leiden des Christus Anteil bekommt. Freuet euch, damit ihr auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit Wonne und Freude habet. Werdet ihr über den Namen Christus geschmäht? Selig seid ihr, weil der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes sich auf euch niederlässt. Niemand unter euch leide als Mörder oder Dieb oder Übeltäter oder der sich fremder Dinge anmaßt. Leidet er aber als Christ, so schäme er sich nicht, er verherrliche aber Gott durch diesen Namen. Denn es ist Zeit, dass das Gericht anfängt am Hause Gottes. Wenn aber zuerst bei uns, wie wird das Ende bei denen sein, welche dem Evangelium Gottes nicht folgen? Und wenn der Gerechte kaum gerettet wird, wo wird man den Gottlosen und Sünder sehen? So mögen auch die der Leiden nach dem Willen Gottes den getreuen Schöpfer ihre Seelenbefehlen in Gutes tun. Die Ältesten nun unter euch ermahne ich, der Mitälteste und Zeuge der Leiden Christus, so auch Genosse der Herrlichkeit, die da offenbar werden soll. Weidet die Herde Gottes bei euch, nicht durch Zwang, sondern durch guten Willen, nicht um schnöden Gewinneswillen, sondern aus Neigung, nicht als Erbherren, sondern als Vorbilder der Herde. So werdet ihr, wenn der Oberhürde erscheint, den unverwäglichen Kranz der Herrlichkeit davon tragen. Ebenso ihr Jüngere, seid untertan den Älteren, leget einander die Schürze der Demut an, denn Gott widersteht den Hochfertigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur Zeit, alle eure Sorge auf ihn werfend, denn ihm liegt an euch. Seid nüchtern und wachet, euer Widersacher der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und suchet, wen er verschlinge. Ihm widersteht, fest im Glauben, wohl wissend, dass die gleichen Leiden sich an eurer Brüderschaft in der Welt erfüllen. Der Gott aber aller Gnade, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus, wird euch nach kurzem Leiden vollbereiten, festigen, kräftigen. Sein ist die Herrschaft in alle Ewigkeit. Amen. So habe ich euch durch Silvanus, den bewährten Bruder, wie ich denke, in der Kürze geschrieben zur Mahnung und Bezeugung, dass dies die wahre Gnade Gottes sei, worauf ihr steht. Es grüßt euch die Miterwerte in Babylon und mein Sohn Markus. Grüßt einander mit dem Kuss der Liebe. Friede euch allen, die in Christus sind. Schau, in welchem Leid die Menschen gefangen sind. Alles nur wegen Lügen, die sie fälschlicherweise für die Wahrheit halten, wodurch sie von einem Leben mit Sinn getrennt sind. Was ist dir, Lieber? A. Mach es dir in der Haft bequem. Die Frucht der Bequemlichkeit wird in Deuteronomium, Kapitel 28, Vers 15 bis 68 beschrieben. Unglück wird euch begleiten. Ihr werdet Kinder zeugen, aber sie werden euch nicht gehören, sondern als Gefangene weggeführt werden. Ihr werdet ständig um euer Leben zittern müssen und euch keinen Augenblick sicher fühlen. Denn alles, was ihr erlebt, wird euch immer neue Angst einjagen. Was ist dir, Lieber? B. Hilf mit. Sei das eine Prozent, das losläuft. Möchtest du zu den Menschen ausgehen, damit ihnen der gerade Weg gezeigt wird? Die Frucht dieser Mühen wird in Matthäus, Kapitel 11, Vers 5 beschrieben. Blinde sehen, Gelähmte gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden wieder lebendig und den Arm wird die rettende Botschaft verkündet. Hilf mit, diese Welt zu verändern. Bestelle dieses Heft kostenlos und versandkostenfrei auf fibelzeit.de und reiche es an deine Nächsten weiter. Kehre um und bleib auf dem geraden Weg. Klicke auf der Webseite fibelzeit.de einfach auf dem Menüpunkt kostenlos bestellen und du wirst sofort zum Bestellformular weitergeleitet. Wenn du Lust hast, bestelle ein einzelnes Heft für dich oder mehrere Hefte zum Weiterreichen. Also dann, ich danke dir für deine Aufmerksamkeit, verlebe frohe Stunden im Kreis der Liebsten und Nächsten und denke immer daran, du bist wertvoll und wirst geliebt. Sei achtsam! Die Schlange enttarnt ihresgleichen nur, damit sie dein Vertrauen gewinnt. Sie offenbart die Listigkeiten ihrer Artgenossen, um dich zu umgarnen und mit denselben Betrügereien einzuwickeln. Puh! Danke für die Rettung! Sei wachsam! Schlangen sind listiger als alle Tiere des Feldes. Bestelle das Fibelheft kostenlos und versandkostenfrei auf fibelzeit.de die Rettung des Feldes sind, für mich zum Beispiel, die Rettung des Feldes. Vielen Dank.